Heike, Klaus, Jürgen, unsere Jury. Wir haben ja heute, die Maike und ich, einen großen Test veranstaltet und wollten wissen, was schmeckt am besten. Gemüse, Fleisch und Würstchen. Vom Elektro-, Gas- oder Kohlegrillen. Gewonnen hat natürlich, genau wie ich es geahnt habe, es schmerzt, aber Maike, sag es. Der Holzkohlegrill. Genau so ist es. Wenn auch das Gemüse am Ende bei Holzkohle versagt hat, aber gut, Gemüse ist ja nicht gränt. Und das ist das Prachtexemplar, das uns heute den Sieg beschert hat. Der Kohlegrill.